Hallo Leute, Apple hat die Beta 7 von iOS und iPadOS 15 veröffentlicht und in diesem Video zeige ich euch wie immer alles, was ihr über die neue Beta wissen müsst. Dieses Mal bin ich jedoch nicht in der gewohnten Umgebung, ich bin gerade auf Urlaub, wollte euch aber trotzdem über die neue Beta informieren. Deswegen kann ich euch das dieses Mal nur über eine Bildschirmaufnahme auf dem iPhone zeigen, ich hoffe natürlich, dass das so auch für euch passt, und habe mir gedacht, ich nutze gleich die Gelegenheit und mache dieses Video mal im Hochformat, um euch auch mal ein bisschen Abwechslung zu bieten. Die entsprechende Public Beta ist übrigens inzwischen auch schon erschienen, das heißt mit anderen Worten, die Beta 7 sollte nun allen Beta-Testern zur Verfügung stehen. Mit dieser neuen Beta kommen wir jetzt auch schon in eine Phase, wo sich nicht mehr allzu viel sichtbar verändern wird, sondern wo Apple iOS 15 bis zur finalen Freigabe noch optimieren und dann letztendlich fertigstellen wird. Ein paar sichtbare Veränderungen gibt es hier aber dennoch. Die wahrscheinlich erwähnenswerteste Veränderung findet sich in den Einstellungen, wenn ihr hier ganz oben auf eure Apple ID tippt und dann in iCloud reingeht. Da ist es ja allgemein unter iOS 15 so, dass wir jetzt hier iCloud Plus haben, das heißt das bekannte iCloud Abo mit den üblichen Preisen wurde in iCloud Plus umbenannt und hat ein paar neue Funktionen bekommen, wie zum Beispiel Private Relay oder E-Mail-Adresse verbergen, was ihr da ganz oben seht. Und was sich hier verändert hat, ist, dass jetzt neben Private Relay in Klammern Beta steht. Und es ist davon auszugehen, dass das auch nach der finalen Freigabe so bleiben wird. Höchstwahrscheinlich deswegen, weil Private Relay einfach noch nicht bei allen so zuverlässig funktioniert hat. Bei manchen hat es ohne Probleme bisher funktioniert, bei manchen hat es Probleme gemacht auf bestimmten Websites. Und standardmäßig soll es auch ausgeschaltet sein, das heißt will man es nutzen, muss man es zuerst einmal einschalten. Ich denke, das kann man dann einfach mal ausprobieren und schauen, wie es bei einem selber funktioniert, ob da bei einem bei bestimmten Websites irgendwelche Probleme auftauchen. Falls ja, dann weiß man eben, das ist noch eine Beta, das kann hier vorkommen. Und falls nicht, dann kann man diese Funktion ja vielleicht auch eingeschaltet lassen. Ansonsten finden sich unter der Beta 7 sehr viele kleine optische Anpassungen. Zum Beispiel in den Einstellungen unter Anzeige und Helligkeit haben wir jetzt hier oben bei Hell und Dunkel das Hintergrundbild von iOS 15. Unter der letzten Beta war es nämlich noch das Bild von iOS 14. Oder Texte an bestimmten Stellen geraten beim Scrollen nicht mehr ineinander oder überlagern sich. Das hatten wir jetzt zum Beispiel hier bei den Fokuseinstellungen. Oder anderes Beispiel, an einigen Stellen hatten wir noch englische Bezeichnungen oder englische Texte. Und da finden sich jetzt die deutschen Versionen davon. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt hier noch so die letzten sichtbaren Veränderungen, die Apple bis zur finalen Freigabe hin vornehmen muss. Also, wie schon gesagt, sichtbar verändert sich hier nicht mehr allzu viel. Apple fokussiert sich von nun an auf Stabilitätsverbesserungen, Optimierungen der Akkulaufzeit und Fehlerbehebungen. Und natürlich, dass das auch wirklich für alle Geräte gilt, die iOS 15 unterstützen. Übrigens listet Apple mit diesem Update 7 behobene Fehler und 27 werden noch als bekannt gelistet. Also ihr seht, es gibt noch einige Fehler zu beheben. Werfen wir an der Stelle auch mal einen Blick auf die vergangenen großen iOS-Versionen. Bei iOS 14.0 ging es bis zur Beta 8. Bei iOS 13.0 ging es ebenfalls bis zur Beta 8. Unter den iOS-Versionen davor ging es auch schon mal viel weiter. Aber wenn man sich zumindest mal an iOS 14 und 13 orientiert, dann könnte man sagen, dass wir uns jetzt vielleicht schon dem Ende der Beta-Phase nähern. Das kann man sich aber auch denken, wenn man einfach mal einen Blick in den Kalender wirft. Wir haben jetzt schon Ende August. Und im September soll ja das nächste Apple-Event, das große iPhone-Event stattfinden. Spekuliert wird ja übrigens momentan die Woche vom 13. September. Und üblicherweise würden wir dann genau bei diesem Apple-Event erfahren, wann die finale Freigabe stattfinden wird. Die letzten Jahre war es immer im September der Fall. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass es dieses Jahr wieder so sein wird. Und dann natürlich wie immer noch ein Wort zu den Banking-Apps. Es gibt Banking-Apps, die funktionieren unter der Beta und es gibt welche, die funktionieren nicht unter einer Beta. Bei den Banking-Apps, die nicht funktionieren, muss die entsprechende Bank ein Update für seine App rausbringen. Ein Update, das dann offiziell Unterstützung für die neue iOS-Version mit sich bringt. Und meistens machen die Banken das erst, wenn die finale Freigabe des iOS-Updates stattfindet. Und zum Schluss komme ich dann natürlich noch zu Performance, Stabilität und Akkulaufzeit und sage da eigentlich auch wieder das, was ich unter den letzten Betas gesagt habe. Meiner Erfahrung nach läuft es hier eigentlich schon relativ gut. Im Alltag begegnen mir kaum noch Fehler. Die Performance ist gefühlt so wie unter iOS 14 und die Akkulaufzeit eigentlich auch. Aber wie immer sage ich auch dazu, ich habe hier ein 12 Pro Max, ein neues Modell. Und wir wissen, dass jeder da unterschiedliche Erfahrungen macht, dass das nicht auf allen iPhones immer gleich gut läuft, eben vor allem in der Beta-Phase. Bei manchen lief es auch unter der Beta 5 oder 6 noch nicht so gut. Das heißt, hier muss Apple auf jeden Fall noch Optimierungen vornehmen und schauen, dass das wirklich auf allen iPhone-Modellen, eben wie ich schon gesagt habe, reibungslos läuft. Und dass da möglichst wenig Fehler im Alltag auftauchen, dass vor allem die Akkulaufzeit optimiert wird und das Ganze gefühlt im Alltag zumindest so ist, wie wir es von iOS 14 kennen. Aber weil ja hier jeder auch immer unterschiedliche Erfahrungen macht, sage ich euch, schreibt wie immer gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Wie lief es bei euch unter der Beta 6? Wie läuft es jetzt unter der Beta 7? Und schreibt dann auch gerne dazu, welches iPhone oder iPad-Modell ihr nutzt. Das war dann auch schon alles, was ihr zu Beta 7 von iOS und iPadOS 15 wissen müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich es euch dieses Mal auf diese Art und Weise zeigen musste. Für dieses Video habe ich übrigens das Mikrofon von meinem iPad Pro 2021 benutzt. Und muss schon sagen, für so einen Zweck kann das hier ganz gut dienen. Wenn ihr mich übrigens noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.